Ich bin eingestiegen im Unternehmen aufgrund der Startup-Atmosphäre. Ich finde es toll, dass gute Ideen schnell groß werden können. Mein Name ist Anna und ich arbeite seit einer Woche bei The Platforms League im Marketing. Was ich besonders spannend finde, ist, dass wir Verbindungen schaffen. Der Online-Handel stellt heutzutage ja eher eine Konkurrenz für den Offline-Handel dar. Und genau da setzen wir an. Vielen Dank.